Kupchikasana, die Stellung der jungen Göttin. Nidakanta zeigt, wie es geht. Ausgangsstellung ist der Sprinter. Von hier beugst du das hintere Knie noch mehr und gibst den Zehen in die Achselhöhle und bringst dann den anderen Arm nach vorne, sodass der Handrücken oder der Unterarm auf dem Knie ist. Du kannst dabei entweder zur Seite schauen oder du kannst nach vorne schauen. Also die Stellung des anmutigen Mädchens, des jungen Mädchen. Kupchikasana ist ein junges Mädchen. Kupchikasana ist aber auch eine Bezeichnung einer Göttin, einer der zahlreichen Manifestationen von Devi. Diese Stellung entwickelt die Flexibilität im Oberschenkel sehr stark. Gerade Quadrizeps wird gut gedehnt. Auch die tiefen Bauchmuskeln, Psoas, Iliopsoas werden gut gedehnt. Und die Stellung hilft natürlich auch für ein gutes Gleichgewicht. Es gibt auch eine zweite Stellung, die als Kupchikasana bezeichnet wird. Dabei beginnst du mit der Sitzhaltung und in der Sitzhaltung gibst du den Fuß unter die Schulter. Also zum Beispiel den linken Fuß, sodass der Fuß unter der Schulter ist. Dann kannst du die Hände vom Brustkorb zusammengeben und lächeln. Und so wirst du zu Kupchika, eine jugendliche Göttin. Mehr Infos zu allen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de. Und Asana-Intensiv-Seminare findest du auf www.yoga-vidya.de. ach.de. b